Herzlich willkommen zum großen Element Tasting. Ich habe mir heute den Mino eingeladen und den René aka The Who eingeladen. Kurzes Recap für alle, die Element noch nicht kennen. Element ist ein neuer Dark Blend, der jetzt auf den deutschen Markt gekommen ist. Der wird von BMW nach Deutschland geholt. Drei verschiedene Lines. Air ist purer Virginia. Das heißt auch alle, die nicht gerne viel Dark Blend rauchen oder nicht viel Nikotin haben wollen, können wahrscheinlich mit der R-Line happy werden. Dann gibt es die Waterline. Die ist genau zwischen den beiden. Das ist also so ein mittleres Ding. Es ist zwar schon ein Burly, also schon ein Dark Blend, soll aber für einen Dark Blend noch relativ leicht sein. Also tendenziell, gucken wir uns heute natürlich noch an, aber wahrscheinlich so eine Art Einsteiger-Dark Blend. Und dann gibt es noch als stärkste Line in Deutschland die Earthline. Das ist dann ebenfalls auch Burly, also ein Dark Blend, der auch ordentlich stark ist. Ich habe etwas über 12 Gramm im Low-Loud gebaut. Leicht über den Rand, kein Vollkontakt wie bei Marvin. Schauen wir mal, wie er läuft. Ich bin gespannt. Und das ist jetzt der Erste aus der Airline, den wir haben. Das ist der Erste Virginia. Wie ist er? Ich kann dazu sagen, du hast bei Element nicht das Problem, was du mit einem anderen Holster Virginia oder sonst was hast, dass die Flavor im Meerloch überladen sind. Das ist ja eigentlich der Grund, warum du Dark Blend im Meerloch rauchst, weil du dir den Flavor rauskitzeln willst. Virginia wirkt da meistens sehr überladen. Ist der jetzt gar nicht. Es ist eine Kiwi mit Bonbon. Die Kiwi-Note ist was ganz eigenes, nicht intensiv, nicht stark vorhanden. Wie als hättest du einen Dark Blend Kiwi. Kein Kiwi Smooth, sondern eher ein bisschen was von einem Kiwi-Stoner in den Mix rein. Ist es für mich. Die Bonbon-Note macht das Ganze einiges süß und für mich ist es was, was ich öfter rauchen werde. Also sehr positiv. Der ist lecker. Der ist vom Nikotin her gar nicht überladen. Null. Da läuft gar nichts. Der lässt sich extrem smooth rauchen. Und in Dark Blend Mixes, wo du Virginia normalerweise mit reinpacken möchtest, als Kiwi oder dergleichen, sei es ein Kiwi-Punch oder sowas, ist das hier eine absolut geile Alternative. Klingt gut. Es ist ein noch nicht ganz reifer Kiwi. Ja. Aber nicht sauer. Er ist nicht süß. Es ist ein Kiwi, der noch nicht ganz reif ist. Dann ist das laufend oder wie Butter. Absolut. Es ist ein noch nicht ganz reifer Kiwi. Also nicht so, wo du sagst, was ist ein Kiwi zur Süße. Rosco Kiwi. Der App Ki. Findest du nicht? Ja. Ich finde die Kiwi-Note kommt, das ist eine sehr ähnliche Kiwi-Note. Ja. Also er hat weder eine Süße noch eine Säure für mich. Es ist einfach nur die Kiwi. Noch nicht, also es gibt ja, wenn die Kiwi innen drin noch, wenn du sie aufschneidest und die ist noch nicht so richtig tiefgrün, sondern mehr das Weiße innen drin noch, das ist halt für mich. Aber ist gut. Aber er ist lecker. Also ich muss mich zum größten Teil anschließen. Die Beschreibung von der Kiwi, also als ich dran gezogen habe, war mein erster Gedanke, das ist so eine Kiwi-Note, wie sie bei Tangiers am Start ist und wie sie bei Brusco am Start ist. Ich weiß nicht, wie das bei den Herstellern ist, ob es so verschiedene Stränge an Kiwi-Aromen gibt. Zum Beispiel auch Banane, was wir immer heute sagen, Banane ist künstlich, ist ja tatsächlich ein Bananen-Aroma von einer Banane, die es gar nicht mehr gibt. Aber es gab mal diese Banane. Und vielleicht ist das eben auch so ein Strang an Kiwi-Flavor, den wir einfach nur nicht mehr so gewohnt sind und deswegen ist es ein bisschen anders. Ich finde das aber ehrlich gesagt geil, dass der anders ist. Also die Kiwi-Note finde ich richtig, richtig geil. Er könnte für mich auch noch einen Ticken intensiver sein, aber ich finde den Hammer. Also ich bin ja eh großer Kiwi-Fan, wie vielleicht der eine oder andere weiß. Ich finde den richtig nice und ich glaube, das ist sogar mein neuer Favorit. Ja, bei dem intensiveren kannst du ja dann, wenn du ihn baust, ein bisschen mehr spielen. Ich habe den jetzt stark auf Abstand gebaut, mit zwei Kohlen jetzt. Ich würde tatsächlich gerne mal den Virginia, vielleicht bauen wir den nächsten Virginia, mal in einem Funnel. Deshalb hätte ich nämlich auch gesagt, dass ich den gerne in einem Funnel probieren würde. Also abschließend zum Kiwi, ich finde den übertrieben nice und das ist eine andere Kiwi, als man sonst gewohnt ist. Vielleicht bei Brusco, vielleicht bei Tangiers slightly ähnlich, aber richtig gut.